alles ausgeben doch so ich da getauscht ach so alter da können wir richtig viel krasses zeug draus machen habe ich blöd da jetzt sagt und so fahren wir auch gerade ein bisschen bisschen mehr kram für alles mögliche können wir weil er war der wahl nicht gut finde ich gut so mann ready los Ah, das ist mit dem hier. Oh, nice. So. Oh. Zack. Schöne Waffe. Sehr schöne Waffe. Die müssen wir öfter craften. Kein Scherz. Wenn wir sie verlieren. Was sehr wahrscheinlich ist, dass wir es auch irgendwann in nächster Zeit mal tun. Ja, easy. Wir können natürlich immer nur einen Gegner treffen. Gut, konnten wir vorher auch. Mit einem schönen Stab konnten wir mehrere treffen. Aber da haben wir ja nicht lange überlebt. So, anstatt immer weiter nach oben und, äh, so zu gehen, gehe ich auch mal nach unten. Vielleicht finden wir hier noch ein bisschen ein bisschen Boss gefeiert. Oh ja, da habe ich doch was gesagt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wir können noch mal wieder ranfahren. Bis dahin. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Mal leider auch. haben wir schon aufgemacht schon 52 maler ich möchte mal diesen spell ausprobieren nicht schlecht okay der gefällt mir sonst für boss geht da müssen wir die mal verwenden die jungle ohne ich hin jetzt gerade umgedreht ganz fies ganz fies also got a galaktide emblem äther crystal so dahin und den dorthin die monsteraugen müssen mal gucken was er damit jetzt machen je nach deep jungle möchte ich gar nicht wobei na gut so ist nicht vergiften lassen boom zack oh hallo so so viele verschiedene healthpacks hier egal nochmal einsetzen hier zack wir werden nicht gegen die half meinen kämpfen vielleicht sollten wir schon jetzt wieder versuchen wo wir uns hinpacken können damit wir weitergehen schmier hier ist ende ja ok die jungle hier mal in die hello cavern ja level vier jetzt jetzt inzwischen kriegen wir auch ordentlich credits also scheint kein problem zu sein so 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 und so 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 Oh Gott. Und mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. So, 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 weiter nach oben. Oh, es ist anstrengend. Nein, es ist eigentlich nicht. Es geht. Shroomtown. Könnte entweder eine super Entscheidung sein oder eine ziemlich dumme. Ich glaube, es ist eine ziemlich dumme, also hier hinzugehen. Ja, bin ich mir fast sicher. So. So. Was haben wir denn noch wieder abzugeben? Geld. Glow Shrooms. Orichalcum. So. Den. Augen haben wir immer noch nicht genug. So. Achso, da oben haben wir noch. Sieben. Oh. Okay, die können wir für den nächsten Char nehmen. Ich sag das nicht zu laut, weil wir werden, ach. Ich weiß auch noch nicht. Oh. Schießen wir ja verdammt weit. Wieso ist das so? Oh mein Gott. Ich versuche mich mal ein bisschen zu beeilen hier. Ancient Ruins, da sollten wir doch hin. Ach verdammt, ringen wollte ich nicht. War in dem Moment sofort in Gedanken und bin dann hochgesprungen. Ach so, das sind 3, ne? Ja, Health Pack 3, oder 3, oder wie auch immer. Ach, da kriegen wir Gas Ducks dann her, okay, ja gut, zack, 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 und dann Beatles. Wollen wir die nicht irgendwo für? Ach, Schrooms hätte ich da besiegen müssen, ja, können wir immer noch hin. Ja, das kann ich verhalten, ist jetzt nicht so wild. Oh, what the fuck. Nomad. Hiveling. Und noch rein. Krass. Joa, hat sich fast gelohnt. Level 17. Naja. Kram können wir verkaufen, hier können wir ohne Ende Kram draus machen. Tier 2, Tier 2, Tier 1, okay, Tier 2, Tier 2, Tier 1, Tier 3. Okay. Okay, davon brauchen wir 50, ne? Ja, ne. Hm, 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 hm. Okay, was hat unsere Maschine hier inzwischen? Oha, was ist da denn? Geil. Nice, find ich gut. So. Ach, falsch. Das ist falsch. Hier. So. So. Und da. Okay. Jetzt muss ich kurz mal nachgucken. Ich wollte die eine Waffe wieder haben, ne? Die hier. Okay. Also muss ich selber machen sonst. Pink, orange, grau. Nee. Nee. Aber das war die auf jeden Fall. Pass auf. Ich kann die auf jeden Fall. Okay. Ich denke mal gut. Ist ja blöd. Was ist denn los hier? Ah, da ist sie doch. Aber nicht super, wie wir sie hatten. Okay, macht nichts. Was kann ich denn noch herstellen? Okay. Okay. Ich kann mal kurz verkaufen erst. Okay. Wo ist es denn los? What? Was ist denn los? Das klingt los. Okay. Das klingt los. Also es wird das klingt los. Was ist denn los? und zack ich hab drei zwei zwei drei oh ja und mehr kann ich schon wieder nicht was an sich auch nichts macht ob wir jetzt wissen wie man es herstellt das kann ich wieder verkaufen so die behalte ich falls wir noch krassen Kram herstellen wollen so so ich mach das jetzt alles auf die kommen jetzt immer in die dritte hier den sortiert nach genau tier 2 und unten kommt tier 1 oh da hab ich sogar noch einen von tier 1 und da oben sind noch welche okay Geld haben wir jetzt 7300 das ist nett das ist sehr nett naja 2 2 1 ich glaube ich mache einen auf Level 5 oder was scheint eine extrem wichtige Maschine zu sein scheint eine sehr sehr wichtige Maschine zu sein wenn wir auch Embleme und so rausbekommen hilft uns das ja nur so okay 101 fehlen uns noch 80 fehlen uns noch fix wie nix wir könnten zwar die ganzen Karten verkaufen aber nö auch verkaufen hier brauchen wir eh nicht so ja verkaufen und hierfür irgendwas noch kaufen weiß ich noch nicht ich guck mal wir haben vier teuer das bringt einen engine block die glas blöcke würden mich jetzt gerade interessieren 808 interessieren ja ich nix die glasen die glasen so die glasen die glasen die glasen so irgendwo anbauen erst mal vielleicht wird es ja schön irgendwann noch eine überraschung ok die holen wir uns noch noch steht in fragment fragment auch nicht so schlecht tier 5 4 oder 5 3 3 dass wir mich mal kurz was gucken und zwar wo wir uns jetzt über hin porten können schon ok nur zu denen ok gerade ich dachte wir können schon irgendwo anders 5.000 ich wollte noch verkaufen ist egal wir da das war dumm vielleicht die eigentlich nicht treffen wir sind da drauf ich hätte gern die abgeschossen ich habe Zack. Kabumm, kabumm. Oh, sch***. Ich werde dabei. Ach ja, Waffe wollte ich vielleicht. Shield Helm, Armour, nein. Ring, nein. Weapon, weapon, weapon. Wir gehen nicht zurück. Das war ein unnötiger Verbrauch. Ich könnte aber. Nur mal zum gucken. Naja, hat sich nicht so gelohnt, aber wir haben sie benutzt. Egal. So. Wird eigentlich auch Zeit, dass wir mehr Tier 2 Sachen oder so bauen. Finde ich. Und hier drei Fragmente. Okay, nice. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich einen von denen machen. Und den werde ich auch nochmal irgendwas kreieren. So, so und so. Breath Armor. Okay. Okay. Na, natürlich los. Okay. So. 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 Hmm. So. Move rein. was passiert wenn das ding voll ist also es hat zwar neun plätze ist aber nicht so viel ja so guck mal wenn das jedes mal deutlich teurer wird kann doch keiner leisten ich weiß auch nicht warum wir nicht zu den nächsten kommen das verstehe ich nicht keine Ahnung